es brennt wieder im camp tony vermisst selbst danni und der weiße hammer wurde anscheinend an Ernesto Monte verkauft und damit good morning in the morning Dennis good morning in the morning was ist los Dennis ich bin frustriert warum bist du frustriert ich glaube ich bin da wo du vor zwei tagen warst mich sagt das camp an es geht irgendwie nicht voran so plotline technisch hängen wir jetzt fest und und ich hasse dann noch abgrundtief also die die diese moralischen denken die wir vor ein paar tagen hatten dass sie ja irgendwie hartes leben und so nee vergiss es egal ja aber da war doch heute gar nicht mehr so viel es ist einfach dieses dieses rum dieses dieses rumgenöller auf abruf das ist einfach so noch so noch wir müssen wir müssen erst mal sagen wir haben ja wir haben daher zwei tage nicht da wird sagen man betriebsausflug gemacht wir erwähnten das bereits an anderer stelle und wir wollen es nicht irgendwie 500 sendungen durchkauen deshalb gibt es ein paar erwähnenswertes aus den beiden tagen die wir nicht besprochen haben und jetzt von der show heute das war tag 10 genau wir reden also wir reden heute über 8 9 und 10 genau wobei wir eigentlich nur über tag 10 reden und die wichtigsten sachen von tag 8 und tag 9 anfassen wobei wir wichtig nicht so einzelne sachen meinen sondern eher so das große ganze im blick haben wollen ja lustig denn ich hatte nicht also ich mir ja um das schon mal wegzunehmen ich fand es keine großartige ausgabe dafür war es wieder deutlich zu lang aber ich fand es war okay und zwar auch für und auch für jetzt okay also die es gibt ja immer so wellenbewegungen notwendigerweise weil die leute sich auch irgendwie ausruhen müssen oder manchmal stagniert es halt so ein bisschen wir hatten zwar schon aber ich glaube jetzt ist so mal nichts dass nichts passiert wenn die ersten rausgewählt werden ist glaube ich immer ziemlich normal weil sie sich ja alle müssen sammeln müssen die überlegen noch mal wie wollen wie können sie jetzt mal irgendwie anrufer herbeizaubern und und wo können sich ein bisschen zeigen ich glaube das ist dann normal dass dann auch so eine verunsicherung eintritt und nicht mehr so viel nach vorne geht zunächst ich glaube das kommt wieder habe ich zumindest aber insgesamt muss ich sagen deshalb habe ich jetzt nicht so war ich jetzt nicht so schlecht gelaunt oder bin es nicht ja das kann gut sein aber ich bin mir immer noch nicht ach das ist einfach so ein ja es kann sein dass es jetzt einfach so ein einfach so ein tief ist und das das meiste was jetzt plötzlich so an plot entwicklung da war war jetzt markus der als so weiß ich nicht nicht arschloch vom dienst aber so eine bresigkeit an den tag linkt dass das scheinbar jetzt gerafft hat wie das da läuft ja weiß ich nicht und ich glaube das war einfach ein ganz normales missverständnis ich glaube der hat das der hat das lieb gemeint dieses ein stern holt ja jeder auch nie so nie allgemein ist diese diese grundsätzliche haltung er würde erst mal dann hier rein wählen grundsätzlich noch und dieses relativ es ist gerade so ein bisschen der der menschgewordene bei spreader in der u-bahn was die typen die in u-bahn so breitbeinig sitzen das ist jetzt gerade so das gefühl vielleicht ist dem ein bisschen langweilig das kann gut sein das kann wirklich gut sein dennoch mich nervt und sonst ist halt schwierig was es da sonst so gibt also danni jammert halt einfach an einer tour aber auch nicht mehr so krass ja heute hat es ja die große gelegenheit zu beweisen dass ja das dass ihr gejammer ja quasi valide sei weil die hätten ja auch nur ein stern geholt und dann dann sehen sie jetzt doch mal wie hart es sei kommen wir gleich zusammen kehren dieses camp verlassen haben verlassen haben jetzt stand heute tag 10 tony und marco heute an tag 10 ist aber keiner rausgeflogen weil wir müssen ja nochmal den auszug von günther nachholen genau marco war der erste daraus gezogen ausgezogen ist und dann toni die sehr überrascht schien und sich auf schokolade freute ja marcos auszug war ehrlich gesagt für mich nicht so überraschend ja für mich auch nicht diese diese also ich habe es auf twitter geschrieben einer entweder hat der der mensch einfach wirklich schammer probleme und braucht fachmännische unterstützung oder fachfrauische unterstützung oder es ist ein sehr furchtbares schauspiel und in beiden fällen ist das nicht ist es nicht für scamp geeignet und dieses diese komischen selbstzweifel ich kann es halt echt nicht beurteilen ob das da einfach wirklich was tiefes ist und es einfach eine eine komische masche war und und ich weiß auch gar nicht was der für unterstützung hat also ich weiß gar nicht wie viele followerin der auf instagram hat also es war relativ also der hatte auch nichts zu bieten außer der war sehr farblos ja muss man schon sagen und bei toni fand ich auch nicht so überraschend sie war ja sehr überrascht aber die war halt auch also da ist halt der nicht viel rüber gekommen ja interessant fand ich da zu sehen die war ja anscheinend sehr gemocht ja die fanden alle irgendwie nett im camp und sie fand ja auch wie alle auch gut und würde sogar selbst dann nicht vermissen wie sie gesagt hat das vielleicht noch ganz lustig und konnte jetzt einen haarschnitt bekommen im hotel bei der war ich weiß nicht ich fand die eher ein bisschen zu überdreht aber halt auch ähnlich die ist so ähnlich belanglos hier wie der superhändler finde ich ja aber dabei ist sie wenigstens noch ein bisschen interessant aus das ist halt das ding aber sonst und deswegen musste sie eher raus also ich hätte mir erwartet dass der der super heini typi rausfliegt als toni tripps weil also sie sieht interessant aus und scheinbar hat sie ja dem camp gefüge gut getan und das sieht halt dummerweise dazu der die gemeine zuschauerin der gemeinen zuschauer ja nicht aber vielleicht ist es auch gut dass sie raus ist wenn sie dem camp gefüge wirklich gut getan hat und alle mit ihr sprechen konnten vielleicht ist da jetzt einfach ein ventil gezogen dass man das man da benutzen konnte aber sonst ja keine ahnung also ich habe jetzt nicht das gefühl dass jetzt die aus also der ausdruck von marco hatte glaube ich wirklich gar keinen einfluss aufs camp gefüge der war als wäre nie da gewesen ist es jetzt so und bei toni müssen wir mal die tage sehen ich habe bei marco mal ein hartes problem ist an den namen zu erinnern ja ich bin bei auch mal die ersten tage ziemlich sicher dass es zwei personen war einmal mit brille und einmal ohne und das war auch total irratisch wann er diese brille getragen hat und wann nicht das sah ein bisschen nach fensterglas aus ehrlich gesagt egal so dschungelprüfungs mäßig was haben wir da so am start wir hatten an dschungelprüfungen an tag 8 das große genöle angetreten sind dort elena und daniela in dieser prüfung bestand aus einem großen gebilde das eine die eine seite an der daniela festgemacht hat war so ein drehendes rad oder so eine drehende scheibe an der sie halt dran war und das drehte sich und dann war man für drei sekunden in so fischbrühe und auf der anderen seite quasi synchronisiert so eine hebebühne die auch sich immer wieder in so fischbrühe absenkte währenddessen mussten beide vor ihnen auch so einem pool von so antworten dinge zusammensuchen ihnen wurde fragen gestellt die bestanden immer aus zwei teilen die antworten also pool ist schön gesagt das war auch schlabber der schlabber und diese antworten mussten sie zusammen koordinieren zusammen anzeigen das haben sie anfangs so ein bisschen waren sie schwierig und dann hat elena sorry daniela hat die führung übernommen und hat die fragen beantwortet und dann haben sie es auch geschafft miteinander zu kommunizieren trotz aller würdigkeiten und haben das ganze mit acht sorry neun ne neun von elf ja ach neun doch okay ja als belohnung gab es känguruschwanz ja das ist typische rtl-getrolle weil es ist also nachdem als der das irgendwie dann schmackhaft zubereitet habe waren dann auch alle happy aber erst mal ist halt der übliche ekel ja ich sind immer alle happy aber ich glaube das ist auch nur so ein wir müssen jetzt happy sein weil wir haben sonst nichts aber das sah schon gut aus was sie da gekocht haben ja aber das ist halt nicht viel und du musst es ist halt glaube ich trotzdem einfach sehr viel zu kauen das kann gut sein so dann tag neun tag neun gefahrstuhl markus ist angetreten das ist die prüfung die daniela an tag drei oder so oder tag vier abgebrochen haben die war ja da warum wegwerfen die prüfung bestand dann er kam in einen kleinen raum der sah aus wie ein fahrstuhl drei türen zur seite in jedem raum waren sterne und getier und ekel zeug im ersten raum war war das glaube ich ein badezimmer da waren schlangen und ein alligator dann gab es noch mal fisch abfälle und anderen krempel halt und die sterne waren halt in den räumen versteckt das hatte auch dann relativ erregungslos eigentlich diese prüfung gemacht und hat dabei acht von zehn sterben gesammelt die beiden anderen sterne hat das einfach nicht gefunden aber sonst zeitmäßig war er ziemlich gut drauf und hat es einfach ja fast regungslos würde ich fast sagen ist er einfach einfach stur rein und wieder stur raus und hat dabei dumm halt ein bisschen gewitzelt aber sonst war das jetzt auch keine komplizierte prüfung am ende man muss halt handrücken tier zur seite schieben und hat ein bisschen ekel wegen zeit abfällen aber sonst oder schlimmste glaube ich an dieser prüfung ist wie immer knoten knoten lösen das war daher ganz okay gemeistert und darf sich lustigerweise nicht so sehr ausgewirkt auf die beziehung zu dann wie man hätte vermuten können nicht so gut also war kurz ein bisschen fand sich nicht so cool aber insgesamt ist da nicht viel passiert das wurde dann auch nicht also er hat dann relativ schnell klar gemacht er kann verstehen und dann haben wir plötzlich dieser übliche empathie schleim über dem ganzen camp und dann war da kein soft mehr so tag 10 heute war wie ist das noch habe ich vergessen hör mal wie behembert in dieser prüfung sind angetreten sonja und prinz damien diese prüfung bestand aus so drei gittern auf jeder seite in diesen gittern oder diesen gitterboxen so kästen ja genau waren beide drin jeder auf einer seite beide waren mit so einer mit so einem zum zug zug kasten verbunden und beide waren hat mit getier gefüllt wie üblich man musste drin krabbeln und prinz damien musste aus von seiner seite passende schraubwerkzeuge raussuchen mit denen dann sonja auf ihrer seite wiederum die sterne abschrauben konnte das ganze ist daran weniger scheinbar also über so einen kleinen handwagen handzugswagen oder so verbunden den so zwischen diesen beiden kästen mit getier hin und her ziehen konnten die kästen waren aber unterteilt das ganze problem war weniger das getier das haben sie bravourös ertragen prinz damien von die grünen ameisen einfach wirklich sie taten wohl weh aber hat also ich dafür entschieden jetzt das kreischen jetzt keine lösung ist das problem an dieser prüfung war dass sonja scheinbar noch nie in ihrem leben möbel aufgebaut hat und nicht wusste wie man die einzelnen im busse fünfkant achtkante kreuz schlitz benennt und so prinz damien relativ fraglos zeug immer überwerfen musste man hätte ja auch einfach zählen können was man da sieht das begann ja schon mit dem ersten in bus ja das ist ein achter oder so später später war das fünfeck war es war es dann rechteckig und der achter bestand halt aus sechs seiten also ja es ist genau an dem gescheitert sie haben ein stern mitgenommen von zehn nicht zwei es war glaube ich nur ein stern und ja und selbst das wurde nicht so sonderlich erschüttert irgendwie im camp aufgenommen da haben wir schon ganz andere vorgänge gesehen auch dieses jahr obwohl das ja alles recht harmlos war noch vergleich zu anderen staffeln am meisten sind sie halt sich selbst ins gericht gegangen und wollten halt auch diesen selbstzweifel dann im camp streuen aber der auch der wurde dann empathie soße ertrank ertrunken nur einzig danni verspürte ein fröhliches grinsen weil sie dann erzählen konnte naja jetzt wissen sie es ja auch wie es so ist in diesen prüfungen und dass es doch nicht so einfach ist und überhaupt aber auch da schwinden die schwinden die kräfte ja ganz offensichtlich das hätte man vor vier tagen oder so noch viel schlimmer erlebt ja definitiv das ist mein größter kritikpunkt heute die prüfung ich habe auf die uhr geschaut von der wahl bis zum zur heimkehr ins camp brutto es war eine werbepause zwischen ja aber sind 40 minuten vergangen wirklich ja auch gott deswegen hat sich so ewig sich angefühlt genau vor der wahl fand ich noch da ist nicht viel passiert aber ich fand das ging alles und das war wirklich wirklich nervig danach gab es ja eigentlich nur noch diesen kleinen beitrag dass elena geteasert hat sie würde rausgehen wollen und dann von prinz damien mit irgendwelchen bekloppten der sich im dschungeltelefon zum affen gemacht hat aber ganz sympathisch das ist ja ganz sympathisch auf jeden fall also aber dann überredet wurde zu bleiben ja und dann war es das ja schon genau das war tag 10 da kann man nicht viel und das das hat es ein bisschen langweilig gemacht versöhnt bin ich nicht so viel kann ich auch sagen aber ich war nicht mehr so genervt wie noch vor ein paar tagen du hingegen schon ja schon also es ist einfach ich glaube es einfach zu lang gezogen ich glaube das ist mein problem jetzt wo du einfach mir gerade vor vor augen geführt hast also war 40 minuten lang wie diese bescheuerte dschungel prüfe uns angucken mussten oder das ganze drumherum auch das ist einfach glaube ich dass ich hätte mich einfach darüber gefreut wenn das einfach so eine 45 minuten knackige sendung gewesen wäre weil der erste beitrag über anastasia und so ein bisschen der war ja ganz sympathisch da konnte man was über sie erfahren und auch dieser der letzte beitrag über elena ist so ein typischer dschungel camp dschungel camp beitrag wenn man gerade mal fünf minuten füllen muss der tut jetzt auch einem nicht weh aber man hat noch was lustiges gesehen und dazwischen war dieser void imbus void was glaubsten du hat bei der verkündung die fand ich noch sehr interessant das zu bedeuten dass elena noch mitgeteilt wurde dass sehr viele leute für sie angerufen hätten ist das vielleicht der hin 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 weiß jetzt noch mal konnte zu droppen kommt der weiße hammer vielleicht doch noch mal nie warum denn braucht doch nicht ach so dass wir so viele leute für sie anrufen nee also höchstens kann ich mir vorstellen dass sonja ziel und versucht hat sich damit motivieren zu wollen dass sie nicht rausgeht ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen naja ansonsten weiß ich nicht was das sollte ich fand es auch eher ungewöhnlich das ist wohl schon ein zweimal passiert in der vergangenheit dass sowas gesagt wurde also zumindest dass jemand die meisten anrufe hatte oder so das wird glaube ich schon mal erwähnt wenn ich so richtig erinnere ich habe das auch in der kürzere zeit nicht mehr nach nachgelesen nehmen wir direkt nach der sendung auf aber das fand ich sehr sehr ungewöhnlich am wenigsten anrufe hatten das haben sie heute auch gar nicht gesagt oder doch vielleicht ja aber zählen die vielleicht als zu wenig weil in der tag acht oder tag noch nicht bin mir unsicher hatte elena vielleicht aber in wahrheit was anastasia die zweit wenigsten anrufe hatte mit irgendwie null komma irgendwas prozent unterschied was dann auch noch mal aufgelöst wurde in der samstags folge deswegen habe ich jetzt exakt aufgegeben mir mich um die vielleicht zu kümmern okay ja das mag sein frage die jetzt nicht beantwortet wurde die zu recht im camp gestellt wurde ist werden die tage jetzt zusammen addiert das wurde so die letzten male so praktiziert letzten jahren wurde es immer so gemacht ob es jetzt so gemacht wird habe ich denke mal dass es dann morgen gesagt wird ich glaube vielleicht ist dieser hinweis gar nicht elena gerichtet gewesen sondern dem rest des camp ist sich schlecht so ein bisschen zu motivieren noch mal konnte zu produzieren was wirklich schon war der zu still meinst du war der zu still und am rande nur so okay weil es war schon wer wer war es wenn da so ein bisschen mehr weil man guckt sich so an wer jetzt aktuell drin ist wer wer gerade ist so die content sau in diesem camp das ist ja so ein bisschen markus gerade content sau das würde ich nicht als content sau bezeichnen na also wer da ist an der wenigen ankerpunkte überhaupt was passiert was oder ist doch keine content sau naja im sinne von dass sie dass die person ausreichend material produziert das dann verwertet werden kann ja ist es das das ist es das ist das so glaube ich gar nicht naja es reicht ja für genug sprüche aber so ein raul richter der findet einfach nicht statt claudia ist auch nicht mehr existent in diesem camp so anastasia war halt so ein bisschen noch weil weil die einzige war die mit danni wie mehr als drei sätze austauschte aber sonst es ist halt elena noch aber und ein prinz aber dann das ist halt euch ist ein bisschen dünn alles wer findest du denn sollte als nächstes rausgehen raul richter und meinst du erwird auch nein das ist ja das ist ja das ist ja widerspruch dieses campus ich vermute mal dass claudia norberg als nächstes rausfliegt ja kann ich mir auch so gut vorstellen oder sven ottke ja ein von den beiden die haben glaube ich beide sind in dem in der alters kohorte da hat man nicht so viele insta fans insta fans die telefonieren können ich würde mir eigentlich wünschen dass das anastasia auszieht gar nicht mal so sehr für sie oder für mich aber er für günter krause weil sie wäre die einzige nicht deutsche mit der dann da kommunizieren könnte weil sie machen einfach die die russische freien vom dschungelcamp auf bei wodka und wurst wodka und wurst ja das ist die tagesration gibt nicht mehr und dann gibt es eine dschungelprüfung gibt es halt diese sibirienprüfung drei stöcker ab in wald weißt du wofür drei stöcker bringe einen toten bären mit ne weißt du wofür russische toilette drei stöcker warum drei stöcker ne weiß ich nicht na ein stock ist für die jacke der zweite stock ist für die klopapier und dem dritten vertreibst du die wölfe ich verstehe den witz nicht nein du hockst und auf eine auf einem stock hast du deine jacke aufgehängt auf dem zeitnis klopapier und mit dem dritten willst du vor dir hin während du halt so kniehocke sitzt um die tiere abzulenken aber das ist doch gar nicht witzig sollte es aber sein aber das kann man sich doch vorstellen dass man sowas macht in der wildnis das kann also würde sich so einen wolf von so einem stock abhandeln bringen lassen ja der kommt gar nicht erst ran die sind viel zu scheu ich wollte gerade sagen ich hatte auch noch einen schönen witz ähm fällt mir jetzt aber nicht mehr ein wir können mal auch ein paar Witze vorlesen wenn das hier weiter so langweilig ist ich recherchiere mal oder lass mir mal was schönes erzählen es gibt durchaus einige begabte Nachwuchskünstler in meinem näheren Umfeld die Witze erzählen aber ja ich sehe glaube ich um das wieder einzulenken weil wir sonst also wir sehen ja wir sehen ja in den Statistiken wann so höheren abschalten und es ist immer dann jetzt immer dann wenn wir vom Thema abweichen jetzt sorry jetzt ist der Fall tut es leid wir wissen übrigens auch dass ihr in der Mehrzahl jung und weiblich seid und Billie Eilish hört ja so ähm Frage wer gewinnt das Camp ah du fragst Dinge ja naja nun müssen wir langsam auch zu Potte kommen ja also ich sehe nach dem aktuellen Stand ähm Prinz Damien ziemlich weit vorne ja bin ich ganz ehrlich ähm ähm auch wenn er jetzt in der Dschungelprüfung ähm zwar macht nichts das ist nicht die relevante Dschungelprüfung genau die relevante Dschungelprüfung kommt im Finale richtig der ist definitiv im Finale und wenn er irgendwie eine Fressprüfung hat und sich durchhaut alles super ja das denke ich auch äh ist einfach äh auch der absolute Konsenskandidat gegen den kann man einfach nichts haben ja genau der ist halt einfach nett freundlich sympathisch knuffig und auch nicht mal auf den Kopf gefallen das ist halt das nächste Ding so ja und sonst würde ich noch im Finale sehen äh Elena trotz allem mhm und wahrscheinlich die die Büchner tatsächlich das denke ich auch weil da ist einfach die Fanbasis einfach viel zu groß ähm und ich glaube vielleicht hat es man und die die sie nicht aus Fantreue wählen hoffen einfach dass es einfach genug Kasala gibt was war eigentlich mit dem Legat Einspieler heute der war ja komplett verunglückt den hab ich nicht mal verstanden also scheinbar also kurze Frage seit wann verlost RTL irgendwie nochmal drei Jahre ein Gehalt diese Aktion ist auch plötzlich aufgetaucht oder die war die letzten Tage nicht da scheinbar haben die jetzt aus dem Hut eine neue Aktion also vermute also folgende Theorie die haben einfach zu wenig Anrufe und haben jetzt eine Aktion rausgehauen ey unter allen Teilnehmern der gesamten Staffel verlosen wir nochmal hier drei Jahre 5000 Euro monatlich Gehalt das war die Tage vorher nicht das ist jetzt plötzlich da weil RTL zu wenig Anrufe hat das ist meine Theorie und dann war diese Aktion die so dass er das ankündigen sollte die damit begann dass sein Mikrofon ja gar nicht aufgezogen war so für drei Sekunden ja und dann hat er da irgendeinen Text vorgelesen und es war komplett und alle einfach Katastrophe ne ne er hat es ja gar nicht richtig vorgelesen weil er hatte nur so nur riesige Cue Cards die sie gezeigt haben auf denen so einzelne Wörter drauf standen und der sollte improvisieren aber der Junge kann doch nicht improvisieren ne ne ist halt Fußballer ja dem sagst du was er machen soll dann macht er das dabei war seine sein gestrige also vorgestriger Cameo Auftritt glaube ich in Folge 9 Tag 9 der Band das war wieder ganz sympathisch ich spiel Klavier schon länger das ist ein wunderbarer Song ja und das ist aber aber du merkst diese Staffel hat nicht mal irgendwie sinnvolle Sprüche das einzige was bisher übrig geblieben ist an so einem Spruch ist ich spiel Klavier schon länger mehr hat diese Staffel nicht zu bieten wir hatten mal eine erinnerst du dich damals vor tausenden von Jahren wir hatten eine Rubrik in jeder Folge der Spruch des Tages ja richtig das können wir gar nicht tun und ich meine guck dir mal an Kasala Konfro und so das sind alle Sachen die heilen bis heute nach ja gibt es gar nicht mehr heutzutage früher denn es früher war alles besser gut dann wollen wir uns mal damit bewenden lassen wir gehen ins Bett hören uns morgens höchstwahrscheinlich wieder ist morgen Stern TV nee morgens Muschack scheiße also wir stellen uns wieder auf eine unfassbar lange Sendung ein und laden euch dazu ein uns beim gequält sein zuzuhören es gibt so Social Media Zeug Twitter at Dschungelpod bei Instagram sind wir at Dschungelpodcast ja sehr gut langsam weiß ich es auch Facebook hätten wir im Angebot wenn ihr wollt wir haben aber auch ein Blog übrigens für all die Menschen die uns hier aus dem 19. Jahrhundert Spotify und Deezer und was haben wir alles noch hier so diesen ganzen Quatsch hören äh G M I T M Minus Podcast es geht auch einfacher wir haben Dschungelpodcast.de das ist eine Weiterleitung ganz modern Dschungelpodcast.de .de könnt ihr hinkommen und da könnt ihr auch kommentieren wenn ihr wollt uns was zukommen lassen ähm ja das war's oder genau bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017